Hallo und wieder herzlich willkommen zu The Placidum Let's Play Half-Life 2 Episode 1 mit einem schöneren Hintergrund und einem kleinen Headcrap, die da hinten in der Gegend rumballert So, naja, eigentlich wollte ich jetzt gerade eben hier Dingens, Doom, Let's Play wieder aufnehmen Aber irgendwie meint das Ding, immer wenn ich jetzt aufnehmen will, dann bleibt das Spiel einfach hängen Voll geil irgendwie, ne? Total geil, ich weiß jetzt auch nicht, was das für Probleme hat, das hat irgendwie immer nur Probleme Ja, dann machen wir das mal, ne? Und irgendwie finde ich das voll nerven Ich weiß nicht, was das Spiel für ein Problem hat Vielleicht lässt sich das noch ändern, vielleicht kriege ich das heute noch irgendwie hin Sonst muss ich mal schauen Jetzt darf ich wieder deinstallieren, installieren Oh, da brauche ich aber auch keinen Bock Ich bin schon so weit gekommen So weit! So Was war das? Oh Gott, das ist ein bisschen Ich hätte gerne mal ne ordentliche Waffe Hallo Bam 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 Ja, aber trotzdem Jetzt geht's Oh, das ist ein Unterkörper Äh, ich hätte trotzdem mal gerne schöne Waffe, so richtig geil, irgendwie was Normales Nicht nur dieses blöde Scheißding hier Oder wenigstens Ding, wir haben Oh Verbranne! Verbranne! Mistvieh Was soll ich denn sonst machen? Soll ich hier die Weinflasche holen? Mist, geht nicht Wir haben verkackt, wir sind im Arsch Wie sollen wir das aufkriegen? Mal sehen, ob wir eine Powerbox finden Okay Okay Ah, wer blind Ist hier irgendwo was, was ich benutzen kann? Ne, hier ist nix Okay Wir haben nur eine Powerbox Powerbox Power Powerbox Bist du in der Powerbox? Nein Wir müssen Holz kasten Äh Powerbox Powerbox Das waren auf jeden Fall nicht diese runden Dinger da Das ist ja keine Box Oh, hier ist voll kaputt alles Nein Das ist nur ein Stein Ein Stein Leute, war nur ein Stein War nur ein Stein Nichts Besonderes Schwein gehabt Wie, wie, komm ich da hoch oder so? Nein, nein, nein Fuck Warum Spiel? Warum verhachst du mich? Wenn hier irgendwo was wäre, dann wäre ich voll glücklich Aber das bringt auch nichts Ich kann hier nicht mal was ran Das soll ja dein Spezialgebiet sein Doch der Kleine meinte, wenn er sich mal aus seinem Rohr ausgesperrt hat Gab's über ein Rennen zwischen dir und Barney, wer als erstes jeder drin war So Nein, ich seh nix Jetzt will ich bestimmt gleich runter Hö, hä hä, schlagen Okay, ich rette dich nicht Aber keine Sorge Hatte ich aber auch nicht vor Wuhuuhu Fuck Fuck Das darf ich rücken Äh, komm hier rüber Okay Nein Das 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 Ja, gut gemacht So Wenn hier ein bisschen heller drin wär, dann wär ich ganz glücklich eigentlich Okay Bistel hab ich Bäm Funktioniert Ich helfe dir gleich, ich helfe dir gleich, ich helfe dir gleich Ja, Licht Wir müssen wirklich mal, Dr. Kleiner, um alle neuen Akku für diese Lampe bitten Äh Ja Die ist voll für den Arsch, ne Die ist voll für den Arsch Okay Ja, dann muss ich wahrscheinlich das Auto da wegschieben, ist klar Leuchte mal auf das Ding Bäm Ich weiß, hab auch Bäm Wieso, wieso stirbt der nicht, wenn der schauf dem Boden ist? Bäm Verbraut Bäm 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 Kürbete Naja, nicht viel Wie denn, wenn mein Akku leer ist? Ich muss es in jedem Spiel Level geben, wo alles drin ist Licht Niemals Stören wir ein Zombie Scheint ein Truppenzug zu sein Ja, dann mach mal auf Ich geb dir Deckung hier Was ist das denn? Stirb Das ist quasi ein Zombein Stimmt's? Hääääh Häääh 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 Schlecht Mist Achtung, er hat eine Granate Hör auf mich zu schubsen Nein, ein Zombie mit einer Granate Was konnte wohl Schlimmes passieren? Oh, hat uns die Tür geöffnet Oh nein, er hat eine Granate! Lauf! Alex! Nein! Alex! Warum kannst du nicht einfach leben, du blöde Fotze? Du bist für'n Arsch! Ich hasse dich! Du bist so unnütz in diesem Spiel Einzig was du kannst, ist Türen öffnen Die würde ich aber auch schaffen Okay Okay Jetzt durch Oh! Lauf Alex! Lauf! 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 Au! Mann, nur weil ich dir helfen will, du blöde Fotze Bei dir passiert nur Scheiße Bei dir passiert nur Scheiße! Oh Gott, ey! Hey! Vergiss nicht! Ich bin dein König! Jedenfalls war ich das noch in normalen Half-Life 2 Ist ein bisschen dunkel drin, nicht? Ich hasse es, wenn es dunkel ist Kann ich nichts sehen! Saugeil! Saugeil! Ich glaube, ich bin langsam ziemlich pisst Eher, bei diesem Spiel Hallo, da ist grad irgendein Fass neben der explodiert Oh! Hat dich nicht interessiert? Das ist ganz schön Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Dann steht mir Alex immer im Weg, dann kann ich nicht mitrückwärts gehen Die- so... Ihes lässt diese Waffe hier Kannst du nicht sterben? Kannst du nicht einfach sterben? Boah, so Weiter geht's So, jetzt warte ich einfach, bis das scheiß Ding da wieder voll ist Und dann kann ich wieder 5 Meter gehen Was soll ich, was soll ich machen? Das vielleicht Oh, es hat nichts gebracht, jedenfalls bei einem nicht Ja, komm, mach, schieß Wie kannst du aber zu schnell mit der Kackkiste, mit der scheiß Waffe da schießen? Hast du viel krassen Finger Vorsicht, da sind voll die krassen Dinger an der Decke oo Töte, 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 töte Töte schneller, töte, töte goethe good gemacht Ein Schädel? schieß feuer frei der wir war schon tot was gut gemacht ja ich hab wieder ein bisschen 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 money habe ich jetzt geil warum stirbst du nicht okay jetzt geht es wieder zurück ja ja komm mit ich führe dich ich will mich nicht umdrehen das war blöd ja nein ich auch tötet tötet hier hier tötet gut gemacht t es bringt mir das nichts ich habe keine waffe die was bringt ne ich habe keine money mehr die ich einfach nie money habe in diesem spiel gerade ja 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 warte warte gib mir die knarre gib mir die knarre gib mir die knarre wo schießt du denn hin ja ok äh äh wie viele kommen denn danach warte du hast du nicht kann ich nicht das kack nicht das ich ich das nicht nicht Das funktioniert. Töte Headcrap. Yeah. Lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf. Lass mich in Ruhe. Gib mir Moni. Gib mir Moni irgendwas. 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 Hey. Okay. Gut gemacht. Nein. Nein, warte. Warte. Scheiße. 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 Ja. Lauf, Alex. Gerne. Habe ich gut gemacht, nicht wahr? Ah, hier war natürlich. Ja. Hätte ich auch alleine lassen können, Alex. Warum habe ich das nicht getan? Weil ich sozial bin. Aber ich sehe gerade, ich muss jetzt aufhören. War bestimmt eine sehr tolle Folge. Aber, naja. Noch schnell die Tür zu machen, bevor die Gegner hier reinkommen. Dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Amen.